Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des No Death Runs in Dark Souls 3. Letztes Mal haben wir ja den ersten Bus gemacht und sind dann hier in der Burg gewesen. Also, was heißt in der Burg gewesen? Wir haben uns den Checkpoint hier geholt. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir weiter. Wir haben einen langen Weg, der aus dem Forst steht. Und mal gucken, ob wir die Folge überleben. Es kann ja alles passieren. Moment. Bevor ich weitergehe. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist doch ein bisschen zu laut. Weil, ich höre mich nicht mal sehr... Oh nein. Da war ja was. Genau. Nee, nee, nee. Bleib schon liegen. Du musst auch nicht aufstehen eigentlich, aber egal. Du bist ja schon hier. Es kann aber auch sein, dass sich Demon's Souls ein bisschen... Ich nenne es mal verspätet... verspäten wird. Einfach aufgrund, weil irgendwie eine... Oh. Meine Spieldaten irgendwie korrumpiert sind oder so. Also, das steht da halt so. Ich kann da irgendwie nicht auf meinen Daten zugreifen. Ich weiß leider auch nicht warum. Das Spiel lässt sich nicht öffnen. Das Spiel lässt sich nicht öffnen. Neu installiert habe ich. Es geht nicht. Ich muss halt noch gucken, wie ich das fixe. Dann würde es halt damit noch weitergehen. Easy. Und genau. Aber wenn ich es wieder eingeregt habe, dann geht es auf jeden Fall noch weiter. Das Spiel muss ja irgendwann durchgespielt werden. War hier oben irgendwas? Weiß ich gar nicht mehr. Ich war auch noch dieses Blitzbomben, glaube ich. Ne, Blitzaufwaffe machen. Das war hier, genau. Weil, wie gesagt, das Spiel habe ich halt vor sechs Jahren aktiv gespielt. Aber zählt ja noch absolut zu meinen Lieblingsspielen. Es fühlt sich auch gut an. Hat geile Musik. Irgendwie ist es ein Setting. Oh, ein Tag soll es viel wäre geil. Ich bin mir sehr sicher, dass es hier einen Drachen gibt. Eigentlich bin ich mir sicher, aber... Wir lassen zwar alles ein wenig, okay. Wir laufen hier hin und laufen hier hin und dann wieder zurück. Mal gucken, da hatte ich recht. Okay, laufen wir mehr. Wir laufen hier hin und dann wieder zurück. Wir machen dasел weg. Ja. Was ist das? Wir laufen hier hin und gehen mit. Ja, ich bin's an. Ich will nicht nehmen diese Freepunkte an. Speist du nochmal? Nee. Okay, wie kam ich hier vorbei? Musste ich hier hoch? Oh Gott, ich glaub nicht. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Oh mein Gott. Was? Was? Easy natürlich. Jetzt ist doch leider ein bisschen laut. Bei dem Drachen. Oh, ich hab mich nicht gesehen. Oh, du hast mich nicht gesehen. Ähm, ich glaub das war hier irgendwo. Ja, genau da. Darf ich nicht nehmen. Hm. Das ist schlecht. Komm schon. Ich würde gerne die Gegner zurücksetzen. Komm schon. Keine nicht hoch. Vielleicht muss ich aber ein bisschen Abstand halten. Aber... Wohin soll ich gehen? Ja, komm. Wo bist du? Komm. Ja, die Dreier-Kombo. Wo ist sie noch von damals? Oh Gott. Ja, schwer zu halten ist böse. Aua. Aua. Ja, okay. Ich wollte mich buffen. Ich wollte mich buffen. Ich wollte ihn nicht treten. Aber egal. Disrespect. Gibt Style Punkte. Ich hab Hosen bekommen. Nein, Hosen. Äh. An sich besser nehme ich. Obwohl. Äh, ich wächst wieder. Besser. Also ich sehe besser aus. Ich sag mal so. Feuerbomben. Sprungattacke auf den. Ich glaube hier ging es auch weiter. Achja. Stimmt den da? Aua, aua, okay. Uch. Uch. Frech. Wie er es geblockt hat. Oh, der Rösung ist scheiße. Okay, einer von dem muss schnell sterben. Du. Genau der. Funkelfunkel. Hallo. Oh, keine Ahnung was man mit diesem Stein macht. Weißt du sowas weiß ich nicht mehr. Aber. Wo hier? Oh. Au. Das war nicht so gut. Wo hier die Hälfte liegt weiß ich natürlich noch. Oh. Danke ihr wollt sagen. Ich hasse dich. Oh Gott. Oh Gott. auch mit dir e leichter overkill wach das weiß ich dass du lebst ich bin gar nicht hier ich bin nicht hier weil ich habe nur der dran also riskiere ich nicht so ein kampf der einzige grund warum ich hier oben lang gehe ich meine hier war ein checkpoint ich hoffe ich gegen den deswegen machen wir nicht bitte sprich runter bitte sprich runter gib mir diese kostenlose sehen genau komme ich hier raus mach ich das auf ok muss jetzt gegen dich kämpfen bitte sehe mich nicht oh ich mag verzögerte angriffe überhaupt nicht all diesen spielen hasse ich einen verzögerten angriff weg mit dir Opa so ist noch irgendwo hunde gewesen klar oh das ist ein großes hündchen böses hündchen Sitz oh das ist ja von mir vorbeigeflogen Sitz da du auch so nice und somit sind wir wieder am anfang ich glaube den muss ich nicht killen ich setze mich einfach hier rein und muss was nachgucken und zwar ob ich das hier an meine Waffe machen kann ja eigentlich super es gibt ja einige Waffen wo es nicht gehen würde aber da geht's so weiter wie du springst hinterher wer ich block schon mal alter ich wusste es wuch ich wusste das nicht der springen wird das kann nicht wahr sein ich bin auch crazy in diesem Spiel wow wie konnte der mich treffen und dann rush ich auch zum Boss ich kenne noch nichts mal gucken wie es wird entweder wreckt er mich jetzt weg oder das geht noch mal weiter das geht noch mal weiter das geht noch mal weiter okay oh ich wollte was eigentlich anderes gucken aber egal machen wir so ich hoffe die Musik ist nicht wieder zu laut weil bei Gundir war die auf jeden Fall zu laut ich hoffe hier geht es wenigstens ein bisschen das weiß ich wie es ein bisschen hört der Mensch machen wir schon mal gut oh alter gut geblockt den aggro wusste ich nicht mehr bin ich ehrlich oh zweite Phase jetzt kommt der Zug glaube ich ja genau boah ich hasse das einfach reinhauen einfach reinhauen einfach reinhauen komm schon ja wow geile box und nice und vor dem boss hatte ich angst dass der mich regt das wirklich der boss gewesen vor dem ich angst hatte mal gewissleveln perfekt also wenn man so jeder ich hatte ich spieler schon also an sich ich weiß aber einige waffen sind die ich gerne hätte das problem ist das spiel mit einem schwert durchgespielt aber es ist das schwert den dunklen ritter meine ich und um das schwert zu bekommen muss man schon ein bisschen farm meine ich darum aber schauen ich hoffe ich kann meine waffe noch upgraden einmal mindestens auf zaubern und geht es gar nicht ja immerhin einmal macht es mehr schaden kann ich das ja aber ich würde dann meine attribute verlieren mehr lieber nicht da war ja was stimmt du musst nicht nur geben nochmal jetzt ein bisschen mehr schaden nirgern kannst du mir was verkaufen was sinn ergibt das frau ich nicht wie ich einmal sterbe ist ist effekt weg also also ich weiß nicht ob die seele ob die verkehrung ausbringt ich hole ja mal ich genau kaufte einfach ja und ich meine sogar der hier oben auf dem thron genau der gibt mir kannst du doch nicht aber kannst du nicht okay normalerweise gibt eigentlich die boss sehen und für die boss sehen lud aber dann später wahrscheinlich erst im spiel genau dann muss sagen bis zum nächsten mal